Hi, ich bin Bea, 25 Jahre alt und ich berichte auf meinem Instagram-Kanal Beatrice Meri nahezu täglich über den doch recht schwierigen Alltag mit meinem Jungpferd. Wir wollten dieses Jahr eigentlich auf Turnier fahren, letztes Jahr waren wir schon unterwegs, hat sich alles ein bisschen nach hinten verschoben und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr in der Klasse A und L dann unsere Tressoren gehen können. Grip oder Lederbesatz? Leder. Dressur oder Spring? Dressur. Cola oder Fanta? Wasser. Kleid oder Jumpsuit? Jumpsuit. Chaps oder Stiefel? Stiefel. Pink oder Blau? Blau. Schokolade oder Weingummi? Weingummi. Erdbeeren oder Himbeeren? Das ist schwierig, Himbeere. Wasser mit oder ohne Sprudel? Mit. Tribüne oder Stehplatz? Tribüne. Wassergraben oder Trippelböre? Oje, geht vorbeilaufen. Turnier oder Ausschlafen? Turnier. Tomatensauce oder Carbonara? Carbonara. Mit oder ohne Glitzer? Ohne. Foto oder Video? Video. Wallach oder Stute? Wallach. Print oder Online? Online. Junges oder Erfahrungswert? Jung. Schrauben. Sol. Passt. Das Problem. Das Problem. Das Problem. Das Problem. Das Problem.